3, 2, 1, let's go! Ciao Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren Video. Wir haben jetzt hier wieder ein kleines Röhnchen mit zwei wunderbaren, reizenden Damen, die sich gerne für den Lost Club bewerben würden. Einmal Mira Kiesa und einmal Luisa. Geht gut von der Zunge, Mira Kiesa, Luisa, das passt. Mir dabei ist Trimax und hat auch die beiden Girls. Und ich entmute mich jetzt, geht's doch direkt los. Also, arschgeil, nur mal let's go, auf geht's. Wann habt ihr angefangen mit Fortnite? Also, mein Account existiert seit 3, aber genau hab ich angefangen seit Season 4 und aktiv seit Endes Season 4. Ich hab vorher die ganze Zeit League of Legends gespielt. Warum? Auch schon gestreamt? Ja, ich war ein bisschen süchtig. Okay, möchtest du mir ganz kurz erklären, warum du manchmal auf dem Arvive-Team-Speak bist? Weil das ist ein Kriterium, sag ich mal, wo wir Leute eher ausschließen würden. Ach so, Arvive ist ein Kumpel von mir, würde ich mal sagen. Ja gut, dann würde ich sagen, Max, hätte mir das schon mit ihr geklärt. Luisa, wie lange spielst du jetzt schon in Fortnite? Ich hab jetzt gerade eben nicht aufgepasst. Äh, Ende Season 2. Ach, krass, okay. Hast du auch diesen Wichtel-Skin hier, diesen grünen, den ich hab? Nee, leider nicht. Den hab ich Ende Season 2 gekauft und keiner war so dumm und hat den sich geholt außer mir. Der hässlichste Skin? Ach so, aber das ist der hässlichste Skin. Das war für mein Main-Skin. Der ist brutal, Elfe, wissen alle Bescheid. Bevor es der Fisch war, war es die Elfe. Krass. Razzil, wie ein Fehlsch und eine Elfe. Das liegt ja nah beieinander, ne? Ganz klar, da seh ich mich auch. Wie gut seid ihr? Wie würdet ihr euch so einschätzen? Ja. Wir haben immer einen guten Messwert von 10 101s gegen mich. Wie viel gewinnt ihr da? 10. 10? Das kann nicht sein, das kann nicht sein, das kann nicht sein, Leute. Ich bin down. Alter, Rewi wieder am Choken brutal. Nee, nee, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab. Der Typ ist lost, der Typ ist lost, der Typ ist lost, der trifft mich. Oh mein Gott. Der hat 10 HP wieder, Alter. Vor allem, ich lande nach ihm und er gibt mir mehr Hits. Wie ist das möglich? Der ist da vorne, Luisa, vor dir, der Typ. Der ist super low, der ist super low. Oh mein Gott, ich hab einen Knopf. Ein Hit, ein Hit, der ist down. Einer ist tot. Jetzt die Karte, guck mal hier, da ist er. Ja, lecker. Direkt er. Ja, du, Luisa, du kannst einfach zum Bus, also. Ich lauf hier, ich bin super low, ich bin ein Mannschaft von allen, der ist hier neben mir im Feld. Oh mein Gott. Achso. Das geht hier gerade ab. So, guck mal, Luisa, wenn du jetzt, ihr nämlich jetzt holst, weißt du, mit so einer Ghost-Granate. Klar willst du die save uns zum Ende, aber brauchst du nicht, weißt du? Weil so weit kommen wir gar nicht, weißt du, was ich meine? Dann bin ich richtig glücklich. Ja, den hole ich mir gleich direkt. Dann hab ich auch direkt, aber eigentlich brauchst du den, Luisa. Und ich gönne ihn dir. Ich gönne ihn dir von Herzen. Bei mir random im Chat einfach, survive ist hässlich. Ja. Ne, also, ich hab jetzt nicht zugestimmt, ne. Ist halt nur, dass ich anerkannt hab, dass derjenige da in den Chat geschrieben hat. Dankeschön für den survive, vielen Dank. Ich bin da sehr dankbar für. Wie oft streamt ihr Fortnite so in der Woche? Die Frage hast du gut formuliert. Zwei bis vier Mal. Zwei bis vier Mal und jeden Tag? Nein, in der Woche. Ah, okay, okay, okay. Wegen der Arbeit hab ich nicht so viel Zeit. Ich arbeite Vollzeit, deswegen. Und dann machst du das noch nebenbei? Ja, genau. Wie viel Uhr immer so? Abends. Also, ich arbeite in Schichten, früh und spät. Das ist wichtig. Ähm, 20 oder ab 23 Uhr. Ah, okay, okay. Kommt immer drauf an, wann ich heimkomme. Was hast du nochmal gemacht? Irgendwas? Apotheke oder was war das? Ne. Oh mein Gott, wieder. Ne, ne, ne. Ich arbeite in der Produktion. Die macht Aspirin, Max. Genauso, was in etwa. Genauso. Was ich immer super interessant finde. Achso. Was sagen eure Freunde und Familie dazu, dass ihr streamt? Ähm, meine Eltern interessiert das nicht. Ja, okay. Also, ihr Zweifel. Also, Freunde hast du keinen, also, also. Und meine Freunde haben zu viel Real Life dafür. Also, ich hab sogar jetzt eine Freundin durch Stream gefunden, die in der Nähe von ihr wohnt. Ah, ja. Und die findet das cool, dass ich's durchziehe. Nice. Reiten wir die? Ich sag mal so, es wär dumm, wenn nicht, oder? Es wär dumm, wenn nicht. Sag ich immer. Und dann verliere ich immer. Keine Frage. Oh, jetzt noch ein Slip. Ist nicht alles. Mir ist einer knocked. Wir waren gerade welche am RIP, am RIP. Ich bin unterwegs. Ja, ich kann halt ohne Shotgun. Ich hab die ganze Zeit keine Shotgun in diesem Game, Alter. Das kotzt mich an, Alter. Hast du keinen Shotgun gehabt? Ich hab die ganze Zeit keine Shotgun, Digga. Ich bin gleich down, ne? Ja, komm, find ich mich, du. Mein Gott, bist du ein Opfer, Alter. Wahnsinn. Das ist ja richtig geil, Revi. Das ist so der Modus, den du bist. Boah, ja, mich kotzt halt auch, dass ich nie eine Shotgun habe. Nie. Sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Nein, 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 nein. Oh, ich hab keine Munition. Wir haben's. Ich hab'n Rift. Ich kann uns alle retten. Kannst du ihn holen? Mach ich. Aber dann, aber doch nicht wegriften, dann, Digga. Ich brauche noch eine Waffe. Ja, ja, komm. Lass mal, lass mal, lass mal, lass mal, lass mal, lass mal hier liegen den Kram, du Geier. Ey, wollen wir echt lieber riften? Ja, bitte. Max, komm, go, go, go. Max, Max. Alter, der Rift ist so dumm. Bitte, 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 bitte. Der ist so dumm, der Rift, oh Gott. Ja, 20 HP. Wir fliegen direkt in die nächste Zone. Wir fliegen direkt in die nächste Zone. Echt? Luisa ist komplett unter der Schnau. Luisa ist allein. Kommt runter, ich bin mit Shadow Nade, ich bin mit Shadow Nade. Wir müssen an die Zone denken. Ja, aber den müssen wir töten. Einer Knock, einer Knock. Oh mein Gott. Wir müssen los, Zone kommt, Zone kommt. Wo landen wir? Revi, du machst den Cap, ping mal, wo wir hingehen. Los, Revi, sag mal, wohin. Na komm, mach mal. Auf, auf. Revi, redet nicht. Da, ich habe gepinkt, tu mal leid, ich war gerade sehr konserviert, musste mich erstmal umschauen, Lage verschaffen. Na, da oben sind Gegner. Gegner bei uns. Wo ist denn der? Der ist hier runter. Lass sie fighten, lass sie snipen. In die Russian. Nein, 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 wir sollten da nicht schön. Geht, da bei mir, geht, da bei mir. Oh Gott, Revi, 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 wo bist du? Du musst aufpassen, hier sind auch noch Gegner. Okay, ich bin... Habt ihr ihn? Ja, er ist tot. Okay, war auch ziemlich lauter, Dude. Ah, hier sind Leute gelandet, hier genau, hier vor mir. Das kann doch nicht sein, Leute. Hier ist noch jemand gelandet. Oh, ich habe ihn... Er hat noch... Oh mein Gott, ich bin tot. Was? Ich bin hinter einem Baum, was? Alles klar, Digga, ganz ehrlich, Digga, ich... Revi, Alter. Ganz ehrlich, Digga, nein, 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 nein. Ich schwöre dir, ich quitte das Game. Ich war hinter einem Baum. Ich war hinter einem Baum und hab Hits kassiert. Die Runde, die Runde. Ganz ehrlich, ich glaube, das ist mein Memory. Es liegt nur noch einer. Das ist der letzte, ja. Zwei, 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 zwei. Nee, nee, nee. Oder? Doch, zwei. Luise hat einen. Ja, einer hat einen. Easy. Nice. Du hast einen Win. Sechs Kids. Richtig gute Runde. Wie lieb's bei dir, Revi? Digga, ich habe... Ich habe hinter einem Baum gerade eine Schelle kassiert. Das glaubst du nicht. Ich war hinter einem Baum und bin gestorben. Wir müssen noch eine Runde spielen. Ich kann das so nicht verwerten. Tut mir leid. Wir müssen jetzt so lange spielen, wir müssen jetzt so lange spielen. Oh, na, na. Das geht nicht anders. Tut mir leid. Das musst du doch verwerten können. Dann machst du ein paar coole Edits, dann ist das lustig. Gut, Max. Dann bist du jetzt raus, dann spiel ich mit den beiden Weißern. Das kann doch nicht nur sein! Ich habe keinen Bock mehr, Digga. Wirklich nicht, Mann. Oh, der Kohl. Das ist einfach nur noch belastend, Digga. Weiß nicht. Was, Digga? Oh mein Gott! Ist das ein Street Sniper? Ich kenne doch beides. Was? In der Luft. In der Luft. Ich habe einen Headshot bekommen. Wir brauchen, glaube ich, einen vierten. Ich glaube, daran liegt es. Carmo. Carmo will. Ich weiß nicht, ob Carmo will oder ob das gelogen ist. Will Carmo wirklich? Ihr redet und redet. Aber was stimmt es denn an die andere Frage wieder? Carmo will. Carmo will. Carmo will. Und ich verliere den Kampf. Ich verliere den Kampf. Hab ihn. Legende. Legende. Also, Luisa, wollen wir darüber reden? Achso. Hilfe. Voll konzentriert, oder wie? Ich bin ehrlich, ich komme. Oh mein Gott. Vor mir, vor mir. Komm. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr, Digga. Kannst du uns jetzt alle holen? Ja, kann nicht. Digga. Ich bin in der Street Control. Ja, Mann. Alles gut. Ach ja. Komm, ich gebe mir ein paar. Umbring hier vorne. Carmo, hast du vielleicht Munition? Carmo, hast du vielleicht Sniper Munition? Carmo, kannst du ganz kurz mit meinem Rucksack packen? Ja, man könnte ja alle aufhören, die ganzen Klamo zu sagen. Hier, warte Carmo. Ich gebe dir das Ganze kurz hier. Warte. Oh, warte. Ich hätte es halt auch gefeiert, wenn der Lost Clan einfach Lost gewesen wäre. Weißt du, wenn ihr so nur übel die Lost in den Spieler genommen hättet. Also, ehrlich gesagt, habe ich auch gedacht, dass du das machst. Ich habe das nicht so ernst. Ja, ich dachte das auch am Anfang. Dann dachte ich so, ja, okay, wie nimmt man denn da die Bewerbung mit, weil sich ja dann eh jeder komplett Lost schelt, so. Liegt noch eine Shotgun? Oh, boah. Ich bin wieder komplett allein. Ich fühle mich gerade wie Trimax. Ich fühle mich gerade wirklich wie Trimax. Leute, also ich weiß, ich weiß auch nicht, Mann. Ich weiß auch nicht. Ich würde mich am liebsten umbringen gerade. Das ist... Eddie, 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 was? Nein. Oh, Evi. Das Video, was hier gerade entsteht, ist das Trau... Das sind die schrecklichsten Vorteilrunden meines Lebens. Ey, Leute, es ist... Also, es ist... Ich habe einen gottverdammten Kill. Ich bin ja absolut nichts wert. Warum, Camo? Warum? Was denn? Warum? Warum er? Was hat er dir getan? Ach so, ich wollte ihn hier wiederholen. Ach, Gott. Ich wollte ihn hier wiederholen. Hey, streitet euch nichts. Dann holt ihn dort. Dann holt ihn dort. Ihr könnt mich alle wiederbeleben. Ich möchte dich ungern hier reviven. Der kann nicht bauen. Lass den. Ich fühle mich gerade so sehr im Tunnel. Und das ist dieser Tunnel, der kein Licht am Ende hat. Wisst ihr, was ich meine? Wo man nicht rauskommt. Wo man reingeht und dann ist man... Das war verloren. Nein, du bist nicht verloren. Ist okay. Ich habe mir nicht mal wieder eine Waffe... Das ist doch alles dumm, Alter. Was mache ich denn jetzt? Wer hat mir eine Waffe übrig? Leute, ich war gerade dabei, meine Waffe zu nehmen. Ich dachte, du hast Fährt. Okay, warte, warte, warte. Ich will dich umbringen. Okay, ich mache das jetzt. Ich mache das jetzt, ja? Also, hier sind alle reviven. Okay, Camo, nicht anfangen jetzt ohne mich, ja? Der ist noch. Na, der gleit. Okay, der ist so los. Camo, lass sie alle! Oh, die Drehung. Hey, no way. Ähm, hol seine Karte. Wir können ihn wieder rebooten. Wir sind immer noch hier. Ne, wir können ihn nicht mehr rebooten. Das bringt nichts, Leute. Das ist vorbei. Das hat keinen Sinn. Das hat auch keinen Sinn mehr. Das sind die schrecklichsten Fortnite-Runden, die ich jemals in meinem Leben gespielt habe. Und ich bin selber schuld daran. Und ich muss dieses Video hochladen, um zu zeigen, dass ich auch andere Tage habe. Dass ich nicht immer gut sein kann, ja? Hey, haben Sie ja geschafft. So, ein Kill. Starke Runde. Ne, war stark. Weil, ich muss einfach mal ehrlich sagen, es kann nicht immer alles rosig sein. Und alles toll laufen. Aber du hast einen Kill. Ich war auch davor, den dritten, vierten zu machen, aber da ist mir irgendwas dazwischen gekommen. Ich weiß auch nicht, Leute. In diesem Sinne, meine Freunde. Macht's gut. Ich bin raus. Tschüss. Ich bin raus.